Bitteschweite Gehre noch mal. Entschuldigung. Haben Sie ein Problem mit dem Parkieren? Ich weiss auch nicht. Es klappt sonst immer, aber heute ist irgendwas ein Wurm drin. Was soll ich Ihnen helfen? Das würden Sie machen? Ja. Das wäre ja grossartig. Hast du das Problem? Dann müssen Sie einfach ein bisschen nach vorne fahren. In vorne. Gut, gut, gut. Gehen Sie den Rieschen an. Jawohl. Jawohl. Ja, super. Rieschen an. Jawohl. Hören Sie noch. Hören Sie noch. Hören Sie noch. Hören Sie noch. Ja, gut. Jawohl. Gut. Und jetzt die Frage anführen. Jawohl. Danke vielmal. Das ist unlieb von Ihnen. Hab ich doch gern gemacht. Adieu. Entschuldigung. Ja. Das ist schon Ihr Wagen, oder? Ja, wegen. Toll. Wirklich ein schöner Wagen, muss ich sagen. Äh, macht 170 Franken. Behindertenparkplatz. Absolutes Halterwort. Tschöne Tag noch. Ja. Ja. Ja.